Willkommen zur 212. Folge von Towns Ja, müssen wir mal gucken, wo hier noch sowas ist. Ist nirgends sowas, ne? Genau, okay. Fenster hatten wir letztes Mal noch gesagt, aber die sind schon da, die müssen nur eingebaut werden. Wie man so sieht, ist es ja überall blau, ne? Also, da war wohl irgendwas verkehrt, was ich da gesagt habe, ne? Gut, jetzt müssen wir mal hier weiter gucken. Der Raum ist ja von da, ne? Jetzt ist die Frage, wie kommen wir in den Raum rein, ne? Ist ja auch falsch hier dann, ne? Es gibt keine Eingangstür. Okay, der Raum hat 1, 2, 3, 4. Das würde bedeuten, ich nehm mal den weg. Lass uns dann mal die Steine wieder auswählen, beziehungsweise, ja, weiß ich nicht, Holzkisten oder wie soll man das sagen? 1, 2, 3, 4, 5, ne? Ja, so, oder? Ja, äh, ja doch, passt schon. Ich wollte gerade sagen, jetzt war schiefgelaufen, aber ist nichts schiefgelaufen. Geht er schon fertig da oben? Äh, gut, dann kann der da wohl auch anlockt werden, ne? Ja, weil da kommt ja dann eine Tür hin. Und, ja, wir sind nicht damit weiter unterwegs. Und können da weitermachen. Da auch weitermachen. Der Scarfold hier, der kann anlockt werden. Und den bauen wir mal hier hin. Dann müsste das auch klappen mit dem da hinbauen. Okay, da geht's dann doch nicht so wirklich. Achso, der muss ja erst hin, dass da gebaut werden kann. Alles klar. Äh, äh. Das sieht so gut aus. Ja, da müsste es auch klappen. Gehen wir mal da hin, weil da sieht man, dass es dann da auch fertig ist. Äh. Und wo müssen wir den denn ziehen? Von da können wir den ziehen. Okay. Und auch so machen. Funktionuckel dann auch. Das geht auch. So, das sollte alles gebaut werden. Äh, ja. Der Scarfold ist umgezogen. Geht das dann? Ja, geht. Alles gut. Der geht auch. Ja, dann können wir hier auch schon wieder zwei bauen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir da noch hochkommen. Sollten wir vielleicht woanders noch hier so ein Ding hinstellen. Passt. Können wir den ja auch anloggen. Dann können wir den da einstellen. Okay. Aber hier hinten sind ja auch welche, die müssten eigentlich auch anlockt sein. Also, nicht anlockt sein, sondern die können wir anloggen, weil... Die können woanders hin, ne, oder? Ich glaube, die sind gerade schäbig geworden. Na, jetzt ist es zu spät. Okay, der wurde da hingetragen. Jetzt kommen welche und holen die anderen wahrscheinlich. Okay. Hier ist einer zum Destrouen. Der auch. Der auch. Ja, die sind hier schon schäbig, ne? So, ist er weg. Gut. Oben wird gebaut, ja. Mal schauen, dass wir das hier so hinkriegen. Machen wir mal so. Und... Ja, das hat auch geklappt. Der ist runtergefallen. Den kann man ja woanders hinbauen, ne? Zum Beispiel hier. Ah, der ist schon da. Okay. Ah, da ist es. Na, das war ein bisschen falsch. Der geht dann. Da können wir auch einen wieder bauen. Sollte funktionieren. Wie ist es mit dem Fenster? Die Fenster werden alle nicht eingebaut. Ich weiß aber nicht warum. Aber ist halt so. Zack. Fertig. Gut, läuft auch so. Die wissen alle, was sie tun müssen, ne? Okay. Lass uns mal unten in den Keller gucken, was da so los ist. Haben wir das eigentlich geschafft, jetzt hier noch ein Loch zu buddeln? Ne, ne? Ich glaube, das funktioniert nicht, ne? Wir sind schon hier auf unterster Ebene oder so. Wo ist denn hier das zum Ausschachten gemacht? Ne, da geht es noch eine Etage tiefer. Aber hier geht es nicht weiter. Also hier hat es noch geklappt. Aber hier nicht mehr. Meine Leiter. Machen wir da mal ein Deck. Irgendwo wird hier was gegraben. Die Frage, ob da noch was geht oder nicht. So. Hier gibt es noch Rüstung. Könnte aber auch ein Geist entstehen, wenn er nicht schon irgendwo ist. Da muss man mal gucken, ob das jetzt hier wird, ne? Da geht gerade einer runter. Das ist aber ein Held. Okay. Der wird nichts bauen. Hier sind noch ein paar Kisten. Okay, der geht da lang. Nicht hier lang. Entdeckt der noch was? Ist da noch was zu entdecken? Nicht wirklich, ne? Okay. Ja, da gibt es nur noch Zwischenräume, wenn, ne? Sonst ist es schon alles entdeckt, glaube ich. Gut. Können wir ja mal hier was ausbauen. Ach so, das ist alles. Das ist nur von den Kerzen ein bisschen andersfarbig, ne? Genau, okay. Na, halb so wild. Alles gut. Ah, das war schief, das wollte ich so nicht. Naja. Ich glaube, jetzt ist das Spiel in Pause. Kann das sein? Nee, laufen noch. Gut. Na, hier haben wir auch nichts hingekriegt. Die ist am Angeln, ne? Fishing. Make them happy. Okay, hier haben wir noch ganz viele Sachen, die keiner verarbeitet. Auch sehr schön. Vögel haben wir genug hier. Können wir die freilassen eigentlich? Einmal den rausgelassen, ne? Weiß aber nicht, ob es geht oder nicht. Egal. Gut, oben gucken. Okay, hier kann man weiterbauen. Äh, ist schon fast alles fertig, bis auf den Stein da. Krass, oder? Passt auch. Kriegen wir auch hin. Kriegen wir auch hin. So. Sollte alles funktionieren. Da hat es auch geklappt. Dann können wir da schon den nächsten Sätzen, den wir nicht mehr angeklickt haben. Und läuft auch. So, hier sind ganz... Und die haben wir doch gerade erst da hingemacht. Und die sind jetzt schon kaputt. Okay, die wurden vielleicht zwischendurch auch versetzt, ne? Und deswegen kaputt gegangen. Kann auch sein. Dann bauen wir da jetzt ein paar neue hin. Und die destroyen wir mal schnell. Die sind ja schon schäbig. Fertig. Fertig. Hier wieder ausgewählt. Das hat funktioniert. Und das geht auch. Und das geht noch nicht. Und dann lass das weg. So riskant, dass es da kaputt geht. So, der läuft auch schon durch. Das bedeutet, wir können den nächsten auch schon anstoßen. Oder sitzt er denn hier? Das ist jetzt die Frage. Ne, läuft... Ne, du reitend da angesetzt. Dann könnte das gefährlich werden. Hm. Okay, da kommt der nächste Stein. Ne, doch nicht. Der geht da lang. Okay. Wo ist hier eine Mauer? Da. Läuft. Läuft auch. So. Okay. Da kommt wieder einer. Der läuft hoch und nach da hinten. Und hoffentlich macht er das hier richtig rum. Dass er erst den hinteren macht und dann den vorderen. Sonst haben wir da wieder was falsch gemacht. Und er sitzt da hin. Das kann auch sein. Ne, er geht da hin und hat sich selber eingebaut. Super. Hat wieder gut geklappt. Okay. Dann war das ein Satz mit X. Das war wohl nix. Okay. Okay. Gut. Ja. Hier geht's überall voran in dem Sinne. Kommt der nächste Stein. Der wird aber da eingesetzt. Achso, wir haben nichts ausgewählt. Deswegen funktioniert das nicht, ne? Alles klar. Das brauchen wir jetzt auch nicht machen. Tja. Da war ein Kikoriki gerade. Destroy den da. Die kann man auch alle zerstören. Auch nix mehr. Da ist noch einer dazwischen. Kannst auch destroyen. Ich glaube, den können wir hier anloggen. Und da können wir auch drei Stück bestimmt anloggen. Und dann geht's hier hinten weiter. Hier können wir auch was machen. Aber nicht den Scarfall, sondern ganz normale Steine. Und... Ah, wo ist denn hier jetzt das? Da geht was. Ja, komm. Das ist auch schon wieder schiefgegangen. Ja. Er hat es jetzt auch wieder geschafft. Unlock. Und... ...den da jetzt hinbauen. Fertig. Jetzt kommt er hin und baut den wohin? Also da wahrscheinlich. Dann ist ja alles gut, wenn er es da hinbaut. Oh, das wird nichts hier. Ja. Das ist ja alles gut, wenn er es da hinbaut. Fangen wir nicht hin, ne? Jetzt. Komm, mach. Egal. Da auch egal. Da auch egal. Da hin. Jetzt ist die Frage, doch, man kommt hier irgendwo noch lang, ne? Gut. Okay. Da haben wir wieder ein paar Steine mehr gesetzt, sozusagen. Da geht nix, weil da unten die Scarfalls fehlen. Eins, zwei. Da müsste man schon auswählen, damit es klappt, ne? Äh, ich würd's nochmal machen. Und... Dann sitzen wir noch da ein, wo der Hahn ist. Und dann war's das erstmal für die Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Und bis dann. Tschüss. Tschüss.